Oh, super Pass! Da ist sein erster Pass, Quinten Hooker, und der ist zuckersüß auf Giorgio Pantelic. Boah, dann der Blockshot von Branker Chapman, und das ist dann bitter für die Towers. Oh, das war mal Zauberbasketball aus Chemnitz. Wunderschöner Assist von Marcus Thornton. Frankfurt mit Rayen, der da den Kontakt mit, aber dann ist zumindest Murphy da. Iliad mit dem Lamp-Hütte. Wow! Der war auf der Richterskala messbar. Jetzt kramen zu Hause all die Statistiker. Oh, ho, 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 ho! Schilling! Kevin Schilling, nicht so schlecht. Aber natürlich auch so viel Platz. Einer Seite, hops! Und was für ein Monsterdank von Martin Bräunig. Steht in der Luft und stopft ihn rein. Was für ein Highlight-Play! Im Post gegen Heinz. Oh, guter Pass! Und besserer Dank, Baldwin, für James Gists! Er ist gekommen, um Karrieren zu beenden heute. Offensichtlich. Torthen zum Sieg! Torthen zum Sieg! Mit dem letzten Wurf! Torthen zum Sieg für Chemnitz! Wahnsinn! Da rennt er sich erst fest und dann macht er es. Markus Thorn! Markus Thorn!